Herzlich Willkommen bei Niklas 1112. Heute sehen wir uns das Doogee Kiss Me DG 580 Smartphone an. Der Modellname ist schon ziemlich witzig, zumindest empfinde ich das so. Aber nun, wir werden sehen, ob dieses Handy wirklich so gut ist, dass man es abknutschen will. Ich höre es schon schreien. Kiss mich, kiss mich, kiss mich! Nein, nicht wirklich. Spaß beiseite. Dieses Handy sieht auf den ersten Blick sehr interessant aus. Ein 5,5 Zoll Display verfügt über einen Quad-Core Prozessor und kostet momentan auf banggood.com ungefähr 106 Euro. Vielen Dank auch an banggood.com für das Zusehen dieses Smartphones zum Testen. In der Schachtel, wie erwartet, befindet sich das Handy selbst, eine Displayschutzfolie, sehr nett von Doogee eine solche dazuzulegen, dann ein weißes flaches USB-Kabel. Auch dabei dieses Ladegerät hier, der ziemlich weiblich aussieht, ich sag ja nur. Weiße Ohrhörer sind auch mit dabei, doch diese klingen schrecklich, wie auch sozusagen alle anderen Ohrhörer, die bei Smartphones mitgeliefert werden. Zu guter Letzt die Anleitung. Erst einmal muss ich einfach mal zugeben, dass die Verarbeitungsqualität für einen solch geringen Preis von rund 106 Euro erstaunlich gut ist. Wahrscheinlich die beste Qualität, die ich bisher so bei günstigen Handys gesehen habe. Fühlt sich richtig gut verarbeitet an. Banggood.com hat mir die weiße Variante dieses DG580ers geschickt. Es gibt aber auch noch eine schwarze Variante. Die Rückabdeckung fühlt sich gut an. Sie wurde matt gehalten und nicht glänzend und machte ja auch einen teureren Eindruck. Man hat einen guten Grip. Das Handy ist sehr dünn mit nur 5,5mm, fühlt sich elegant an. Ich weiß ja nicht, was ihr denkt, aber mir scheint es so, als ob das Design hier allumfassend sehr dem des OnePlus One Handys ähnelt, was nicht unbedingt eine schlechte Sache ist, wenn man angeben will, aber nicht den hohen Preis des Originals zahlen will. Unten haben wir hier den Lautsprecher, hier oben die 5 Megapixel Hauptkamera, interpoliert auf 8 Megapixel und Dual LED Blitze, die aber leider ziemlich schwach sind. Das DG580 verfügt zudem auch über eine Frontkamera. Sozusagen dieselbe wie auf der Rückseite. 5 Megapixel, interpoliert auf 8. Nicht übel für eine Frontkamera. Oben links der 3,5mm Audio und der Micro-USB-Anschluss. Unten links das interne Mikro. Auf der linken Seite befindet sich die Lautstärkenregelung, rechts der Powerknopf. Das Kismi DG580 macht vom Android 4.4.2 KitKat Betriebssystemgebrauch und verfügt über ein 5,5 Zoll IPS OGS Display mit einer Bildschirmauflösung von 960x540 Pixel. Die Auflösung ist meiner Meinung nach definitiv zu niedrig für ein 5,5 Zoll Display. Hat man gute Augen, merkt man es sofort. Aber um ehrlich zu sein, die geringere Auflösung scheint die Bildqualität unter Android nicht allzu sehr zu beeinträchtigen. Was mich aber trotzdem stört ist, dass man bei bestimmten Farben, vor allem blau und grau, ein wenig körnige Pixels zu sehen bekommt. Ansonsten ist die Farbwiedergabe sehr gut und dasselbe gilt auch den Blickwinkeln. Unter all den günstigen Smartphones, die ich bisher getestet habe, hat dieses hier bei weitem den am besten reagierenden Touchscreen von allen. Dieses Handy macht von der bekannten MediaTek MT 6582 1,3 GHz Quad-Core CPU Gebrauch und als GPU der Mali 400 MP. Dieses DG580 hat überraschenderweise 8 GB internen Speicher zu bieten und verfügt über 1 GB RAM. Dieses Handy hat einen austauschbaren 2500 mAh Lithium-Ion-Akku. 2500 mAh sind gar nicht übel. Durchaus beeindruckend bei dem Preis. Zudem unterstützt dieses Handy bis zu 2 SIM-Karten, eine gewöhnliche Mini-SIM und eine Micro-SIM-Karte. In der Tat eine gute Kombination. Genau daneben befindet sich der Micro-SD-Karten-Slot, der Kapazitäten bis hinauf zu 32 GB unterstützt. Allumfassend reagiert das Handy überraschenderweise ganz gut. Zwar bei weitem nicht spitze, doch das kann man von einem 106 Euro Handy nun mal auch nicht erwarten. Trotzdem für den Preis habe ich deutlich schlechtere gesehen, die zudem auch noch mehr als dieses kosten. Hut ab, Doogee, ihr habt hier gute Arbeit geleistet. Das hätte ich hier ehrlich gesagt nicht erwartet. Gaming ist selbstverständlich mit der Kombination des Quad-Core-Prozessors und der Mali 400 MP GPU durchaus eine Option. Obwohl ihr MediaTag meistens nicht so leistungsstark wie Qualcomm ist. Um euch ein besseres Bild über die tatsächliche Leistung zu geben, im Antutu-Benchmark punktet das Handy rund 19.300, was gut ist. Vergesst nicht den Preis, vergesst ihn nicht. Und hier ein weiterer Test. Geekbench solltet ihr diesen bevorzugen. Die Multicore-Punktzahl beträgt hier rund 1.200. Nochmals gut. Die Akkulaufdauer ist eigentlich sehr gut für ein Handy in dieser niedrigeren Preisklasse mit solchen Specs. Wenn man ab und zu mal im Internet surft, Musik hört und so weiter, der Akku hat bei mir ein wenig länger als 3 Tage durchgehalten. Plagt man das Handy aber mit schwereren und anspruchsvolleren Sachen, ist der Akku natürlich schneller leer. Aber eine Ladung reicht locker für einen ganzen Tag, sogar mehr. Aber das kommt halt auch immer darauf an, was man letztendlich mit seinem Handy macht. Ich bin mit der Akkulaufdauer sehr zufrieden, hier keine Beschwerden. Internet surfen stellt keine Probleme dar, funktioniert alles. Nur in Räumen mit schwächerem Wi-Fi-Signal kann die Verbindung schon mal ausfallen. Ich habe definitiv schon bessere Wi-Fi-Empfänge bei Smartphones gesehen als diesen hier, aber eben auch viel schlimmere. Trotzdem Sorgen machen muss man sich da nicht. Alles noch im grünen Bereich. Der interne Lautsprecher hört sich zwar einigermaßen klar an, doch ihm fehlt so ziemlich die Power. Das interne Mikro ist in Ordnung und dasselbe gilt auch für die Audioqualität durch Kopfhörer. Nicht hervorragend, aber okay, bis gut. Eine weitere Sache, die mir bei diesem DG580 gefällt, sind die Wake Gestures. Im Grunde genommen, wenn das Handy gesperrt ist, könnte man beispielsweise einfach eine C-Geste machen, die dann die Kamera-App startet, sollte man das so eingestellt haben. Und das funktioniert richtig gut. Und dasselbe kann man mit W, M und hoch und runter machen. Einfach den jeweiligen Gesten einer App zuordnen und schon erhält man großartige Abkürzungen. Eine weitere tolle Sache, die mir gefällt, ist die Sperr-Animation. Kein geschmeidiger Fade-Out. Stattdessen diese coole Animation, ähnlich wie beispielsweise bei alten Fernsehern, wenn man sie ausgeschaltet hat. Die Kameraqualität, wie man zu dem Preis auch erwarten würde, ist nicht so gut. Ich meine, sie ist zwar noch immer besser als bei den meisten anderen günstigen Handys, doch überzeugen kann mich die Qualität nun wirklich nicht. Das Filmen ist auch nur okay. Wirklich nichts Besonderes. Was die Aufnahmeauflösung betrifft, da bin ich mir unsicher. Sobald ich die Videodateien in den PC lade und dort die Auflösung überprüfe, wird 1080p angezeigt. Aber nach Beurteilung der Videoqualität vermute ich stark, dass die Aufnahmen einfach nur auf 1080p vergrößert werden. Das Stoji Kissme DG580 ist ein richtig gutes Smartphone, wenn man den geringeren Preis in Betracht zieht. Natürlich zu solch einem Preis kann man nicht nur Gutes in allen Bereichen erwarten. Trotzdem, es wird gute Leistung geboten, das Display ist gut, abgesehen von der niedrigeren Auflösung und einigen körnigen Pixel. Der Touchscreen ist sehr gut für ein günstiges Handy. Die Kamera ist okay. Audio ist allumfassend auch nur okay. Die Verarbeitungsqualität ist im Vergleich zum Preis aber sehr gut. Und ich war durchaus beeindruckt, solch eine lange Akkulaufdauer zu sehen. Dieses Handy kann tatsächlich verwendet werden. Bei einem Preis von rund 106 Euro ist das Preis-Leistungsverhältnis sogar sehr gut. Ich kann das Stoji Kissme DG580 definitiv empfehlen. Das beste günstige Smartphone, das mir bisher untergekommen ist. Nochmals Dankeschön an banggood.com für das Zusehen dieses Handys und somit das Ermöglichen dieses Testberichts. Danke fürs Zuschauen, vergesst nicht zu abonnieren und besucht niclos1111techx.com, um dort Videos früh als auf YouTube zu sehen.